Ich wollte doch gar nicht live sein! Danke, Max, für deine... Scheiß Stream Deck, ne? Ich mach das raus mit diesem Knopf mit Live-Gehen, Alter. Herr Fischer, wie sind Sie eigentlich auf die Frau Jones gekommen? Im Städt. Warum ist die Sonne so hoch? Sonne, geh aus! Sonne, geh aus! Wohne denn, bitteschön? Warte, ich puste. Einfach die beste Unterhaltung nach Arbeit. Hallo! Frau Torres, guten Abend. Ja, das ist... Ich kann nicht aussteigen! Das hält nicht an! Warum? Nein! Ah! Oh mein Gott! Das hat schon mitgekriegt, aber vielleicht machen wir mal ein Training, wie behandle ich ne Muschi richtig? Was meinst du, wie viel Blut aus hier rauskommt? Und der letzte waren ungefähr 8,5 Liter! Hm? Ich setze dich vom Bauchnabel bis zum Kehlkopf auf. Gucken wir mal, was da rausfällt, wie ne Pinata! Ja, und weg ist er! Tschüss, in�e! Hallo? Wir haben Ihren Kollegen wieder gerettet. Ich möchte gleich ihm pflaster. Ja, er hatte doch bloß, aber... Ja, er hatte doch... Bisschen war noch da. Stinkt hier so, alter. Hallo? Was? Was? Was macht ihr beim Auto? Ey! Was soll nicht sein, dass TJs hier auch gar nicht... Oh TJ, deine behinderten Jungs saßen und mein Auto haben wir alles mitgehört. Das sind doch, wer erinnert. Spaß, alter. Und die Quarzen jetzt sind da. Die fahren direkt in den Knast. Das reicht hier. Das war ne Challenge, beruhige dich. Das ist nicht der... Fucking Ernst, alter. Das ist durch euer Ernst, oder? So, einmal unterzeichnen. Ja, alter Mann! Kann ich das eigentlich? Ähm... Haha! Viel Spaß mit ihrem neuen Kontostand, Herr Fischer! Ich geh mir ein Auto kaufen! Ja... Oh nein! Nein! Hey! Hi! Oh mein Gott! In dieses Fahrzeug. Na, das muss ich nicht. Ich hörts mir aus dem Boden. Au! Warum? Das sah sehr schmerzhaft aus. Einen wunderschönen guten Tag, Rick. Das hört sich auf mich! Ja, oah! Äh, kommen Sie mal bitte an meine Position hier, Gips! Nein, du tust nicht rückwärts. Hey, du bist schneller! Hahaha! Hahaha! Sie... Ah! Hahaha! Ah! Jetzt kommt die Werbung! Gott! Tom! Hey! Tom, was hast du mitgebracht? Mhm! Danke, Tom! Wollen wir noch was? Hahaha! Oh mein Gott! Guckt euch mal an, was Tom mitgebracht hat! Ein neues T-Shirt! Jetzt erhältlich im Merch-Shop! Ausrufezeichen Merch! Dieses unglaubliche, faszinierte, gut bedruckte T-Shirt ist jetzt neu erhältlich! Tom! Hol mir doch mal noch eins! Hahaha! Tom ist gleich da! Ah! Tom! Geben, nicht werfen! Oh! Und dieses geile Zichern ist jetzt auch erhältlich neu im Merch-Shop! Ich seh jetzt? Oh! Ah! Aua! Aua! Rechts rüber! Au! Aua! Hat er nicht gemacht! Haha! Schmeiß die Ninja-Sterne raus! Eins, zwei! Tada! Tadadadadada! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Alter! Ich werde jetzt in diese Himmel aufsteigen. Skrrrrrrrrrrrrrrrrr! Und er hat's aber! Nisha? Was ist ihm grad passiert? ...einen guten Tag und ich weiß, dass sie mich nicht kennen. Aber deswegen bin ich jetzt endlich gekommen. Um zu sagen, er will dich. Der alte Mann daneben dir ist vielleicht bisschen alt, aber noch potent. Aber noch potent. Nicht überall sind die Haare grau, denn unten leider nicht. Er ist potent. Untertitelung des ZDF für funk, 2017